Beim klassischen Bankdruck ist darauf zu achten, dass die Lendenwirbelsäule permanent Kontakt zum Boden hält, dass die Fußspitzen angezogen sind und die Fersen aktiv in die Bank gedrückt werden. Damit hältst du die Spannung, fasse die Hand etwas breiter als schulterbreit, führe sie zum Brustbein, zähle dabei langsam bis 3 und auf eine schnelle 4 wieder zurück in die Ausgangsposition. Alternativ kannst du die Hüfte beugen in 90 Grad in Hüfte und Knie und auch hier ist darauf zu achten, möglichst stabil zu bleiben.